Landwirt Praxistest Die Gülleausbringung kommt immer mehr unter Druck. Ammoniakemissionen sorgen bei den Anrainern für Nasenrümpfen. Zudem gilt es, die EU-Richtlinie der nationalen Emissionshöchstmenge umzusetzen. Diese Richtlinie soll nicht als Schikane der Brüsseler Beamtenschaft gesehen, sondern als Chance erkannt werden. Durch Stickstoffemissionen gehen der österreichischen Landwirtschaft jedes Jahr rund 62 Millionen Euro an Düngerwert verloren. Darüber hinaus senken geringere Ammoniakemissionen in der Regel auch die Geruchsbelastung. Die Wahl der richtigen Ausbringtechnik spielt dabei eine entscheidende Rolle. Doch welcher Gülleverteiler ist der beste? Dieser Frage sind wir zusammen mit der Forschungsanstalt Raumberg-Gumpenstein in einem umfangreichen Praxistest auf den Grund gegangen. Sechs Verteilsysteme stellen sich dem Vergleich. Ein Prallkopfverteiler von Wacotec. Er verteilt die Gülle gleichmäßig auf eine Arbeitsbreite von 12 Metern. Dieser Technik zeichnet sich durch geringe Investitions- und Betriebskosten, niedriges Gewicht, hohe Toleranz gegenüber Fremdkörpern sowie eine einfache Handhabung und Reinigung aus. Der Möscher Pendelverteiler, diesen von der DLG anerkannten Verteiler, gibt es als Einfach-, Zweifach- oder Dreifachverteiler mit Arbeitsbreiten bis 27 Metern. Er ist sehr leicht und einfach in der Handhabung. Die großtropfige Verteilung der Gülle schützt den Stickstoff vor Verdunstung, so die Argumentation des Herstellers. Ein Exot in unserem Vergleich war der Niederdruckverteiler von Bücheler und Schönenberger. Durch das Niederdrucksystem werden, ähnlich wie beim Pendelverteiler, große Tropfen gebildet, die in kurzem Abstand senkrecht zu Boden regnen. Der geringe Luftkontakt soll Geruchs- und Ammoniakemissionen senken. Für den Straßentransport lassen sich die beiden Ausleger hydraulisch nach oben schwenken. Am Güllefass eines Lohnunternehmers kam ein Schleppschlauchverteiler von Kotte zum Einsatz. Die Gülle fließt aus 40 Schläuchen im Abstand von 30 Zentimetern auf den Boden. Das ergibt eine Arbeitsbreite von 12 Metern. Die bodennahe Ausbringung soll Stickstoffverluste reduzieren. Diese Technik ist deutlich schwerer und teurer als die bisher beschriebenen Systeme. Noch einen Schritt weiter geht die Firma Fliegl mit dem Schleppschuhverteiler Skate 90. Bei diesem System wird die Gülle im Abstand von 25 Zentimetern mit Schlitzschuhen in den Boden initiiert. Dank spezieller Federstahlführungen passen sich die Schläuche der Oberfläche gut an. Fliegl bietet den Verteiler in Arbeitsbreiten von 9 bis 21 Metern an. Wir hatten das kleinste Modell im Test. Auch diese Technik ist schwer und teuer. Die höchsten Erwartungen hatten wir beim Fliegl Scheibenschlitzverteiler SSG 60. Mit seinen gezackten Scheiben schlitzt er den Boden im Abstand von 30 Zentimetern auf, um die Gülle direkt zu injizieren. Das soll die Geruchsbelästigung und Ammoniakemissionen auf ein Minimum reduzieren. Für den Straßentransport klappt man die beiden Ausleger hydraulisch zusammen. Dieser Verteiler war mit Abstand der schwerste und teuerste in unserem Test. In einem zweijährigen Feldversuch haben wir diese sechs Systeme zu verschiedenen Ausbringzeitpunkten hinsichtlich Ammoniakemissionen und Futterverschmutzung untersucht. Zur Bestimmung der Ammoniakverluste kam eine spezielle, aktiv belüftete Haube in Kombination mit einem Gasmessgerät zum Einsatz. Zwei Wochen nach der Ausbringung haben wir Futterproben gezogen und untersucht, sowohl auf Verschmutzung als auch auf ihre mikrobielle Belastung. Wie die einzelnen Gülleverteiler abgeschnitten haben, erfahrt ihr in der Landwirtausgabe 1.2018. Dort findet ihr den vollständigen Vergleichstest mit allen technischen Details und Ergebnissen.